Ja, hallo, hallo, kleines Unboxing, Hivestorm, Makropolstorm, ähm, Makropolstorm, weil es die deutsche Version ist, und das ist wirklich eine Riesenbox, die ist größer wie die Leviathan-Box, und da ist auch eine Menge Kram drin, natürlich, ähm, das sind die, die Wespen, die Xenophiecher, das sind die Flügel, was mich natürlich interessiert, sind die Gebäude, das ist so, ach, das Highlight, aber packen wir gleich mal nach und nach raus. Das sind dann die Aquilon Tempestas, das sind die Jump Packs, ein bisschen Base, da muss sie draufstehen, nur ein Bogen, ne, das ist ein bisschen zwölf, lag wenig, zwei, zwei, ja gut, die haben auch nicht gar nicht, die haben gar nicht so viele Zusatzoptionen, was sie haben können, von daher, ähm, das weiß ich, das Exactions Report, das waren glaube ich vier Bögen oder so, das sind ein paar wenige. Okay, das ist das, das gab's schon mal genauso, ach, in der, ähm, Imperium Magazin, das hab ich glaube sogar schon genauso, ähm, und das sind jetzt die neun. Ah, da fällt dir was runter bei mir, egal, das sind jetzt die neun, okay. Aufgebaut, im Shop habe ich schon mal eins, das kleinere aufgebaut, gesehen, das ist dieses da mit diesen Tanks, auch ganz schön, auch ganz viele Details, das ist schon, schön gemacht. Ja, ja, das wird das, das wird das große sein. Ja, da habe ich jetzt gut was zu tun, ich werde ein paar Bauvideos machen, ich habe auch schon mit meinem, ähm, mit dem anderen, ähm, am Gelände, ein bisschen rumgesprungen, hier so ein bisschen der, der Stil soll es irgendwo werden, ähm, da sind wir nur noch ein bisschen, wie mal zu glänzig, da, aber dann bin ich jetzt ein bisschen am Arbeiten, da wird ein bisschen mehr Farbe gebraucht, aber das ist so ein bisschen der Stil, da werde ich halt den Max dann noch was machen. Ja, dann bis zum nächsten Mal, tschüss.